iron plates genau wir waren ja noch bei den solarzellen so jetzt haben wir alle generatoren teile fertig ja hallo ich brauche ja noch den iron führer jetzt weiß ich warum ich das falsch gemacht habe ich habe mich nicht iron sondern sind plates genommen kommen wo ist mein iron ich fürchte ich habe auch kein iron mehr uns fehlen 20 nein 20 brauche ich so und da haben wir das ganze perfekt uns fehlen uns noch sechs stücke nehmen wir mal ein bisschen raus so das ist richtig da haben wir unsere zwölf teile und unsere vier so jetzt sind wir hiermit auch wieder fertig jetzt fehlt uns natürlich wie üblich der elektronik circuit und davon brauchen wir acht jetzt mal muss aufpassen acht mal acht mal drei sind 24 also wirklich genau dass ich hoffe dass ich nein ich habe nicht lügen natürlich nicht ein zwei drei so hier brauchen wir einen davon hier hier so ein neuer cutter super um 48 ich glaube ich habe zu wenig 26 zu wenig wood oder zu wenig ich kann nicht mehr reden ich weiß nicht warum ich glaube ich habe zu wenig ich habe zu wenig jetzt kann ich ein rubber ich glaube ich habe zu wenig rubber einmal kurz draußen nachgucken das spinnchen komm her spinnchen aua hallo nicht mich runter werfen und du spinne ne komm her dich brauche ich so sonst sehe ich nichts hier gut da habe ich zeug boah hier kommt nichts mehr raus ich weiß nicht mehr warum ich baue die einfach mal ab und guck mal schön aber ich da oben was finde und zeppelings keine zeppelings gefunden schade ah da ist mein erster zeppelings gut ich fürchte nämlich die bringen überhaupt nichts mehr so drei passen komm den da mache ich noch kaputt und dann pflanze ich die mal neu und gucken mal was dann da rauskommt an sachen vier gut eins zwei drei vier oh ich habe tatsächlich einen verloren schade naja wir haben zumindest hallo stehe zumindest da wo du sein sollst zumindest etwas an zeug geholt was wir brauchen so iron wir brauchen acht acht iron plates eins eins zwei drei vier acht passt genau gut so boah ich fühle mich als hätte ich einen frosch im hals warten wir mal kurz so tut mir leid gut da haben wir das zeug so nein so iron das zeug so glas fehlt uns noch glas haben wir hier ich hoffe diesmal mache ich es richtig nein doch mache ich super so zwei haben wir schon mal was sagt der extractor fünfzehn ich glaube nicht dass das reicht von der menge her sieben fehlen noch kann ich hier durch das rubber jetzt gewinnen so zack das habe ich fast zehn glaube ich naja zinnkabel gehen auch noch dann baue ich hier direkt gleich meine beiden solar panel hin oder ich baue die hier drüber das wäre auch eine möglichkeit warte mal so und so ja ja gut dann habe ich hallo hier wieder etwas mehr energie etwas mehr naja zumindest etwas mehr so 22 fehlen noch genau zwei in der zwischenzeit iron plates habe ich das habe ich auch alles ja wie gesagt es fehlen noch genau zwei stück da ist das erste komm schon und da ist der zweite super super so raba kappa ja meine zeit ist abgelaufen für heute aber ich mache das noch zu ende das bin ich durch die ganzen unterbrechungen schuldig so ups so du kommst hier hin und du ja ich habe es falsch rum gemacht so ähm ja ja die baue ich noch hier dran geben die wirklich eins aus wenn die direkt unter den pflanzen hocken wenn ich den jetzt hier dran sitze dann sagt er nichts dann sagt er store 2 und der sagt store 0 also ich glaube nicht dass der irgendwas ausgibt ich muss da mal oben ein bisschen freiraum machen das mache ich am besten auch jetzt noch sonst vergesse ich es und danach höre ich einfach mal auf komm doch polling okay wie komm ich hier hoch doch wenn ich da und weg mit dir perfekt jetzt müssten die alle eigentlich einen ausgeben das ganze müsste noch mal was schneller laufen die frage ist wie viel solarvoltage habe ich jetzt eigentlich denn ich könnte mir damit 1 2 3 4 mal 1 2 3 4 5 6 7 8 gut dann baue ich mir in der nächsten folge ein großes teil damit das auch richtig gas geben kann das ding was ich mal drinnen obwohl nein dass ich lieber mal nicht da drin denn das ding braucht ja auch strom und solange kann das ja hier scheinbar ist es nein hat mal ach so so das läuft immer noch gut also würde ich sagen hiermit beende ich die folge bis zum nächsten mal ciao